Ja, sorry, ich wollte eigentlich Two Worlds 2, wie ihr im Hintergrund vielleicht hört, ein bisschen aufnehmen, aber alles was ihr seht, ist schwarz und ich kann es nicht behehlen, Fraps hat irgendwelche Probleme mit Two Worlds 2. Ich kann ein anderes Programm probieren, aber das wird einige Zeit gehen, daher leider keine Two Worlds 2, Let's Plays und Gameplay Videos und solche Sachen, also sorry dafür, aber wenn jemand mir helfen kann, dann kann das gerne mir zeigen oder irgendwie, ja, beschreiten. Bis dann, sorry und tschüss.